Musik Ja, ja, da unten, da unten, genau, da unten rein, ok. Komm mal her, wo soll ich denn? Zweiter Sprengmeister, seht ihr mich? Alle weg da unten? Ja. Gut, weiter, los. In die Ecke unten links, ne? Ja. Jawoll. It's me, I have read your balls. I have read your balls. I'm a alcoholic guy. So, da sind wir zurück zum zweiten Teil des Raids. Die Typen sind sogar mittlerweile online, sehr schön. Wieder alle da, ne? Sargus, Chris, Mercury und Hasi. Hi. Hallo. Servus. Genau, und jetzt geht es los, die Sprengerei. Seid ihr alle so weit? Warte, ich gehe zuerst raus, ja? Ja. Da ist ein Lack, da vorn, rechts. Da vorn, rechts, da rechts läuft er. Ich sehe nichts. Da oben, da oben. Ja, aber gerade schon, ich hab's gerade schon mitgekillt. Ist weg. Warte, ich guck mal, wer das ist. Hello. Willst du wirklich vorgehen? Ja, warte, 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 das ist vielleicht ein ohne Raketen. Holger war das. Ah, genau, ein ohne Raketen ist besser. Warte, lass mich jetzt noch. Kanonenfutter, ne? Ey, der ist oben, der ist oben. Warte, der springt da rum. Warte, ich gehe hoch. Ja. Springt hoch, ja. Gut, Tor ist auf. Das Tor aufgemacht. Ja, komm doch. Ja, nun geh doch mal rein da. Ja, ihr seid... Ihr vollidiot, ich kann nicht springen, wenn ihr dahinter... Ich war hier unten. Ja, Entschuldigung. Okay, wo, wo reinspringen? Warte, hier rein. Oh, warte, doch nicht. Oh, will mal einer Sargus kontern. Ich würde sagen, wir gehen direkt von oben einfach rein, ne? Hier, meinst du? Ja. Oder willst du nicht hier rein? Die Tür ist doch schon offen. Die Tür ist zwar offen, ja, aber... Hier rein. Ja, da unten, da unten, genau, da unten rein. Okay. Komm mal her, wo seid ihr? Zweiter Sprengmeister, seht ihr mich? Alle weg da unten? Ja. Gut, weiter, los. In die Ecke unten links, ne? Ja. Jawohl. Erste Tor ist offen. Ah, guck mal, Metall. Warte kurz, nicht schießen. Warte. Okay, weiter hier. High Quality. Eine Rakete noch, eine Rakete. Odi, du schießt jetzt. Ah, offen alles. Odi, hier rein. Wo? Ja, ich sehe es. Achtung, weg. Ja, ich mache auch. Warte, warte, nicht schießen. Hat deiner Bauplan und, äh, Holz? Nein. Nein. Scheiße, echt jetzt? Ähm. Leiter haben auch vergessen, ne? Nein, ich habe zwei. Gut. Scheiße, Alter, wir brauchen Holz. Dann renn doch schnell rüber. Ja, ich gehe kurz. Scheiße. Der darf nicht zubauen. War da ein Turret? Ja, ne? Ja, das war uns. Wo denn? Irgendwo hier in der Base. Äh, irgendwie rechts, glaube ich, war die. Ja, irgendwo ist er an der Tür da. Ich komme wieder. Ja, macht halt kontinuierlich ein bisschen. Äh, Spreng-Muni drin. Spreng-Muni mitbringen. Ja. Bobmeister und Co. Komm. Einer hat mich verpatcht. Scheiße. Äh. Ja, widerlich die Leute, Alter, ne? Wo ist der Joseph-Muni, Odi? Äh, in einer Kissen. Hast du mit, vielleicht? Nein, den habe ich nicht. Boah, eh ohne Witz. Wir haben uns einfach ver... Ja, du weißt halt nicht, wenn Naked kommt, der kann auch eine A-Kam-Rückkommen. Du siehst es zuerst, bitte. Ja, ist egal, lassen doch labern. Lächerlicher Typ. Ne, hier, ne, also, ne? Dass du nicht Bescheid weißt, was du sehen solltest. Fick dich. Warte. Ja, fick dich. Leute, ich brauche jetzt, ja? Ja. Hier ist Turret. Oh, Odi, weißt du, was du machst? Ne. Wer hat mir gerade zerschossen? Ich, ich. Okay. Komm mal zu mir, Rutter. Ich komme. Weiter oder nur einer? Einer, nur einer. Pass auf, hier ist Turret. Ja. Äh, weißt du, was du machst? Du schießt einfach hier unten rein. Von da. Okay, ich bin nicht bewegen, nicht bewegen. Erste Tür ist offen da unten. Warte, nicht. Da liegt einer ausgelockt. Ich schieß da jetzt noch eine rein, ne? Nein, 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 weiter. Aber einer, einer ist safe drin, gell? Mindestens einer. Okay, ich bin hier. Odi, komm mal zu mir. Okay, jetzt einfach hier rein. Ja. Oben, die fassen auch, ne? Ja. Ja. Am besten, in meinen blinden Winkeln, auf jeden Fall auf dem Berg hoch. Rechts, links, links. Okay. Ersten sind offen. Ich gehe, soll ich runter? Ich gehe runter. Nicht kommen. Ja. Scheiße, die haben das, weißt du, wie die das gemacht haben? Nee. Komm runter. Guck mal. Was ist das denn für eine Scheiße? Ah, du kannst... Weißt du, wir müssen das aufsprengen, Alter. Ähm. Aber alles leer, ne? Hole ein bisschen Dings hier. Ja, vielleicht despawn, der. Nee, hab ich mal gehört. Oh, die hier. Ja. Wollte ich gerade machen. Aber Achtung, da könnten auch noch Tools drin sein, ne? Ja, ich gehe einfach. Achso, ich noch nachladen. Oh, Raketen alle! Okay. Mauer? Kannst du mir, ja. Ja, wir fröhnen. Ja, 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 drop, 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 drop. Soll ich gleich ein paar noch mal holen? Nee, nee, passt. Ich lade nach. Ich guck gerade richtig verschärft die Berge. Ja, macht das, macht das. Notfalls könnt ihr ja unten reinrennen da. Dann seid ihr ja safe. Ja. Da genauso die Scheiße gebaut? Warte. Tür geht auf. Hier, hier, hier hinter ist der. Wo soll ich hinschießen? Warte, noch nicht schießen. Ah, Komponenten hab ich. Pass auf, der ist hinter, hier, hinter der. Ja, 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 ja. Du schießt jetzt hier rein, ja? So, dass ich aber beide erwische, oder? Äh, ja, klar. Warte, mal nicht. Ja, super. Ah, Bauschrank, super. Ich mach den Bauschrank kaputt. Ja, und baut euch rein. Dann ist es dicht. Ich schütze mich, Odi, bitte. Hat einer, äh, Metall oder einen Bauschrank zu bauen? Ähm, nein. Holz ist da in der einen Kiste drinne. Ah, ich hab's. Ich baue erstmal Dings. Oh, voll, ja. Nice. Hol alles raus. Oh, bisschen Gunpowder. Pass auf. Ja, ja, ich pass auf. Der ist hier. Der kann aber nur noch aus der da, aus der Richtung kommen. Da. Ja, ja, klar. Aber warum ist hier hinter Haku? Ja, damit's denn nicht von außen gesprengt wird. Da ist ein Kern und Mantel mit Stein. Hm, komisch. Auf Nummer sicher zu gehen, guck ich mal ganz kurz. Ja, okay, auf, wenn man läuft. F***ing Deutsch ist leer. Hey, we raid online. Don't offline. We you. With you. We are you. It's me. I have raid you by. Dab, 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 dab. I raid you by. I'm alcoholic guy. Was labert er denn da, Alter? Nein, 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 nein. Pass auf, Odi. Ja. Ah, le baguette. Ah, le baguette. Ah, C, senor. Le baguette. F***ing Deutsch, man. Jungs, fühlt euch nicht so sicher, nicht, was jetzt noch da ist. Ja, 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 ja. Klappe jetzt da, Frosch-Presser. Scheiße, der hat Bauschrank. Just surrender like you always did. Na, ha, hat er jetzt echt, hat er echt vor euch im Schrank gesetzt? Nein, nein, hier ist ein Bauschrank drin, meine ich. Achso. Noch einer. Scheiße. Ja, dann müssen wir mal weiter runter sprengen, bleibt noch alles übrig. Warte, warte, ich will gucken, ob wir wo hier sind. Ich hab aber nur noch vier Raketen. Soll ich holen? Odi, wir sind schon im Kern, ne? Nur zur Info. Hier ist alles 100%. Echt, das ist der Kern? Ja, wir sind französisch, können Sie, s'il vous plaît, rentre chez vous? No, 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 no. Wir wollen spielen gut. Die sind hier, hier hinter, Odi. Der hier. Ja, ja, ja. Sie haben die C4, warum sind die Leute? Bram, bram. Jungs, ich hab ja nichts geknistern. Continue, continue. C4. Ihr seid drin safe? Ja, wir sind relativ safe da. Was die Quatsch an Zeit, das lenkt ab. Aber, weißt du was, Mercury? Warte, Odi. Warte. Ich brauch kurz ne Axt. Wir können hier... Die haben sich eingebaut eben, Odi. Ja, können wir. Haben wir C4? Haben wir auch, aber nicht mit. Soll ich holen? Ne, 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 ne. Ey, Hitler, Hitler. Oh, jetzt fangen wir mit Hitler an. Die Idioten. Und wo schießt du? Oh, was sollen wir machen? Der piekt die ganze Zeit. Dann klopfen wir hier die Kisten auf und dann ist gut. Dann haben wir erstmal den ersten Loot. Geh weg. Pick auf. Die Tür ist aus. Der wird das Dings machen. Pass auf. Ist wer von euch am Dach oben? Ich weiß, was er machen wird. Er wird da die Tür drin setzen. Da rein und er wird das Tor aufmachen. Scheiße. Soll ich die aufsprengen, schnell? Ja, mach. Geh weg, 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 weg. Schnell, 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 schnell. Mach die Kaffe. Okay. Die nächsten Kisten. Noch ein, noch mal. Schieß doch mit der Sprengmuldi rauf da. Ey, die Franzosen, wir sind nett, wir sind nett. Ja, warte. Ah, oui, oui. Ich kann noch... Ich habe noch eine Chance. Ich lasse die Chance für eine demi-tour, Leute. Weil nachher es wird zu viel Zeit. Ich werde mich verletzt, dass ihr zu töten. Odi, noch mal. Rauf, bitte. Okay. Jawohl. Nochmal. Nochmal, ja. Na, eine. Ja. Warte. Jo. Ganz ruhig. Aber die sind hier dahin. Pass auf. Die sind über uns, ne? Nein, über uns kann nicht sein. Wir sind schon im unterensten Schock gestürt. Okay, na ja, so viel Loot, wie die Kisten hier sind. Nein. Nein, nee. Odi, weißt du, was du machst? Nee. Hier hin. Hier hin, ja? Ja. Raket rein? Ja, ja, klar. Da oben rein? Ja. Okay. Pass auf, aber renn weg. Na ja, warte mal, dann mach ich das so. Der ist da. Ja, wusste ich doch. Kleines Arschloch. Da ist ein Turret, soll ich das wegbomben? Ich hab noch eine Rakete. Nee, nee, brauchst du. Eine Brandrakete wäre eigentlich... Passt schon, passt schon. Ja, das ist halt euch halt perfekt ab, ne? Hm. Kann ich eine Brandrakete ohne abschießen? Haben wir eine Brandrakete, Odi? Weißt du das? Äh, in der Base. Haben wir sicher, ja. In der Hauptbase oder in der Raid Base? Hauptbase. Ach, scheiße. Ja. Ach. Soll ich Explosive von die Hunden, die abschießen oder so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Entweder... Oh, konntest du setzen? Sehr schön. Ja. Wir können uns hochbomben, warte. Geh weg. Oder bau doch zu. Pass auf, das Briefing ist das hier nicht. Wieso? Äh, wenn wir ein... Na ja, wohl. Na ja, hm. Ich kann die... Eine Tür! Eine Tür! Wir setzen eine Tür da rein. Ähm, Metallschwitter irgendwo? Ähm, ja, hab ich. Warte, ich mach. Dann bau eine große Tür. Ich pass auf. Oh, okay. Nee, geh. 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 Bätet den nicht. Nee, das bin ich nicht. Die Jungs, ganz kurz bitte. Baut vielleicht einfach zwei Wände rund um das Tür. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Die haben überall Dings. Doppel Doors. Wah. Achso. Okay. Ja, der... Der rennt hier außen, Modi. Pass auf, der kommt. Was sieht er nicht? Jungs, äh, ich bin ganz kurz mal, äh, ich save hier, aber ich kann jetzt nicht zuhören, ne? Also, wenn er kommt, dann schieße ich ihn da. Läuft ihr rum, Leute? Ja, ich bin seit mal oben auf dem Dach. Können wir aufsteppen. Der ist sie, Alter. Zwei, zwei kommen, zwei kommen, Jungs. Wo? Richtung Jon Starr. Headshot. Der muss sich hier hin. Der muss sich hier hin, ja. Jetzt müsst ihr bitte aufpassen. Also, jetzt kommen... Ja, und spät. Turret ist leer. Turret ist leer, Udi. Hörst du mich? Jetzt muss wartet, bis Udi gerade ist. Ja, aber es ist alles gerade ein bisschen blöde, äh. So, komm. Udi, geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss da hoch. Ich hack jetzt erst mal auf, und wir müssen uns beiden in Raid. Oh, der ist direkt der Honggang. So, die Tür ist, wir sind safe, ja? Ja, okay. Scheiß-Klamotten. Gar nichts. Ja, oben steht noch einer. Ray, äh, Jörg, schreibt mir gerade, ob wir am Raiden sind. Sag nein. Ich schreib gar nichts, ich hab hier Zeit dafür. Ja, nix, ich hab hier nichts. Nicht, dass jetzt wir am besten unsere Base-Ware aufmacht. Und, Udi? Ähm, Komponenten-Paar. Der ist noch hier drin, ne? Ja, kann er ja. Hörst du ihn? Nee, ich höre nicht. Also, eigentlich ist doch, äh, alles safe jetzt, ne? Jetzt könnt ihr doch eigentlich anderen drin kommen, so, oder? Und, äh, der, der, der Counter, äh, Quatsch-Ware-Base-Mann könnt ihr auch fassen, richtig? Ja. Äh, habt ihr hier eine Tür reingemacht? Ja, wir haben hier eine Tür reingemacht. Habt ihr einen anderen Code verwendet, oder? So, besuch mal. Ah, jetzt ging's. Was schießt, da? Ah, die ist leer, oder? Ja, die ist leer. Ja, ich hab beide leeren gemacht, jetzt. Erschreckt mich, die Tür wird. Ich komm runter. Nur Müll hier drin, bis jetzt? Wo ist die Sprengkraft? Ich hätte nur eine Blech-Tür und, äh... Und, äh, passt schon, passt schon. Nicht so viele Türen einsetzen. Warum ist... Achso. Oh, ist ja nur Müll, Alter. Schwer da, was soll ich denn damit? Die Open Base ist noch da, Udi. Nicht vergessen. Ja, 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 ja. Es wird halt grad finster, gell? Könnt ihr schon was safen, oder schon was vorbeibringen? Ja, noch, halt schon. Munition. Ich glaub, die... Der gute Loot-Odi ist hier drin. Wo du nicht drankommst. Ich werd mein Lagerfeuer, äh, machen. Brauchst du doch nicht, oder? Wenn dunkel wird, ja. Wart mal einer den ersten Nut drüber bringen? Ja, ja. Äh, ha, 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 ha. Das ist Müll. Lopper? Ne, das war's. Okay. Das ist der Holger, fragt grad, ob er da zuschauen darf. Ja. Aber er soll von einer Stelle gucken und nicht rumbewegen, ne? Ja, ich sag, er soll rechts neben der Raid Base stehen bleiben. Aber, naja. Okay, drauf. Ist das nicht der, der zu erraten hat? Oh, erstmal zu erraten. Ja, ja, hab ich zu spät gecheckt. Nein, Alter. Schieß ihn ab. Boden. Ist mir egal, schieß ihn ab. Musst du sagen, erst mal raten, denn er... Wo ist der Hesmetz? Turrets. Oh, vier Tools. Oh, dich schnell mal hier. Eins. Warst du dich? Eins hinstellen. Wo hast du denn mit dem Hesmetz hin? Ich hab Hesmetz. Ach so. Ah, bring mal ein Sack Muni mit für die Tolle, bitte. Ja, mach ich. Ich kann ganz kurz fix einlagern. Oh, ich komm wieder. Ach, du Kacke, Alter. Äh, soll ich Raketen noch mitbringen? Nein, nein. Nee, noch nicht. Hast du Lacken vorher schon gemacht? Eigentlich safe. Also, sag, ob du kannst runterkommen, komm, gucken. Taucheranzüge. Ne ganze Kiste voll Taucheranzüge, Alter. Dosen, halt. Da ist ein Tyrard, ich automatisier mich. Aber normal muss ja hier wenigstens den Berg noch ein bisschen im Auge haben. Munition ist drin. Naja, also wie gesagt, falls du die hier mal angucken willst, dann komm ruhig rein. Na, ich komm mal einfach kurz. Jetzt doch da auf eine Tür, oder was? Ja, heute schon. Da kann ich mal sehen, wie doof die den Baut haben. Da kommt man gar nicht ran, siehst du das hier? Oh, die hast du die Kisten schon gesehen? Welche Kisten? Ah. Oh, die haben sie ein PC eingebaut, habt ihr gesagt, gerne über eine Tür, oder? Ja, wir haben schon mit dir. Ja, da ist ein bisschen Stein drin. Ja, weil es jetzt nacht wird, ich kann jetzt nicht schlecht. Ja, normal kannst du hier doch einfach mal ein bisschen Expo-Mun aufschießen in die Kisten. Da kommt ja auch nicht ran zum Looten, das ist das Problem. Auf die oberen auf jeden Fall. Meinst du, ja? Das ist ja, du bist da. Nee, du kannst auch auf Öffnung gehen. Okay. Ja, aber das Säckchen, das Säckchen. Ja, probier doch mal bei einer aus. Was soll denn so viel? Ihr könntet... Ihr könntet... Nee. So, Jungs, jetzt sage ich, das Problem ist, es ist mir gleich Nacht. Ich kann jetzt nicht so wirklich covern, wenn jetzt wer kommt. Also, wir müssen jetzt entscheiden, wir müssen einbauen, oder... Oh, wir sind doch safe, wir sind doch safe. Oh, mir ist zu. Oh, mir ist zu. Ah, okay, super, ich darf nicht über eine PC. Ich habe Raketen. Ja, holen... Ja, Odi, schieß mal dann hier rein, ja? Eine Rakete, ja, hol mal noch mehr Raketen. Wo rein? Hier, Odi. Dann nimmt man den Raketenwerfer hier. Hier. Da ist noch eine Rakete drin. Gib her. Der, der liegt dann unten an der Treppe, Treppe. Jo, passt. Odi, geh weg. Oh, ich darf mich gleich wieder spritzen. Scheiße. Na, dann hol mal Raketen. Wer ist draußen? Du, ne? Ja, ich bin nur ich, ich bin nur ich. Okay. Was, schon ganz oben gucken? So. Raketen, Raketen, da. Äh, soll ich gleich alle mitbringen? Äh, ja. Es linken sich zwei Leute an, hinter der Radbass. Was? Was war das? Das liegt sich zwei Leute an. Oh. Ja, warte mal, bevor Raketen ruft. Ja, ich lege sie nochmal rein. Jungs, wie gesagt, ich sehe jetzt null. Nüscht. Ja, ja, alles gut, alles gut. Die Tür, warum ist die Tür offen? Warte, die Tür zu. Jetzt höre ich sie. Ich weiß nicht, ob ich sie buschen soll oder gar nicht. Also ich höre sie am Wasser von uns, Richtung Radbass, rechts. Ja, die sind an den Öfen ungefähr. Seid ihr alle autorisiert an den Tower? Exit ist das Sanchez, Brockmeister. Also in dritten bin ich autorisiert, wenn ihr nicht gecleared habt. Nee, sind alle autorisiert dran, ja? Nee, mach an, ruhig, ist egal. Sanchez und Brockmeister sind das schon. Der Holger rennt da gerade mit der Fackel zu den Händen. Ja. Das scheiß braucht Holz. Scheiß. Warte, Leute. Nicht runtergucken. Ja, Acker. Was? Hoppschuss. Ah, der hat mich jetzt gekillt. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Die haben sich hinten raufgebaut. Kann das sein? Habt ihr die Tür zu? Ich hoffe. Aber da ist noch eine Tore drin. Oben einer hat Hit. Ja, das ist hinten von uns. Der ist hinten hoch, ja? Ja. Mein Gott, das sieht nicht einfach lassen können die Vögel, ey. Deine hat schon ein Rocket Launcher. Na, nice. Ja, sind zu dritt. Die sprayen hier auf mein Fenster. Ach, Mann. Eine Headshot. Hätt mal Schlafsäcke da drin liegen sollen. Scheiße, ich bin down. Warte, ich spawn gleich wieder. Double Headshot hast du bekommen, Digga. Ja, ja. Jonsch. Acker. Einer ist down, glaube ich. Einer war down, ja. Ja, das ist ziemlich sehr, ey. Ich glaube. Es ist so dunkel. Headshot. Noch ein Headshot. Double Headshot habe ich den gedrückt. Scheiße, ich hab keine Netze mehr. Es sind doch noch überall welche drinne. Ja, ich bin außerhalb. Ja, die wissen, wo ich stehe, Mann. Das ist so lächerlich. Hast du die Dings? Die Gold? Entschuldigung, Jungs. Licht aus. Ja, Entschuldigung. Ah. Ah.